Da sind wir wieder, denn wenn ich euch sage, dass ich euch den ganzen Sommer versorge, dann versorge ich euch auch wirklich den ganzen Sommer. Letztes Video war die besten T-Shirts und es gibt mehr als nur T-Shirts im Sommer. Denn unter anderem gibt es auch sowas, wie da ganz viel hängt und zwar nämlich Kurzarmhemden. Bevor wir aber dazu kommen, wird sich erstmal ein genüsslicher Innocence Smoothie reingehauen, kein Placement. Wäre schön, wenn es so wäre. So Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ich glaube, ich muss jetzt hier nicht mehr großartig erklären, worum es geht. Ihr habt es, denke ich, alle irgendwie verstanden. Aber trotzdem nochmal ganz kurz erklärt, heute geht es um Sommerhemden. Denn auch diesen Sommer werden die Teile gerockt wie nichts anderes und da brauchen wir ein bisschen Inspo, ne? Aber keine Sorge, dafür bin ich ja da, das ist ja mein Job. Ich habe mir ganz viele verschiedene Hemden rausgesucht, wir haben billige dabei, wir haben auch leider sehr teure dabei. Aber ich muss auch dazu sagen, es ist echt nicht so einfach, preiswerte, geile Hemden auch mit einem geilen Schnitt zu finden. Aber ich denke, ich habe meinen Job ganz gut gemacht. Lasst dem Video wie immer jetzt, genau jetzt, einen Daumen nach oben da, einfach unten einmal klicken. Genauso wie ihr auch ein kostenloses Abo dalassen könnt und mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen könnt. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann habt ihr einen Hammer Sommer für euch. Vertraut mir. Das aber auch dazu, jetzt legen wir los mit den Sommerhemden. Wie immer, ihr kennt das Ganze, erst das Billigste, irgendwann das Teuerste. Und ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche euch viel Inspo. Alle Links in der Beschreibung, wir legen los. Let's go! Wir beginnen bei einem Preis von, und jetzt kurz vorher bitte einmal anschnallen, 14,90 Euro. Und jetzt wollt ihr wissen, woher das Hemd ist? Keine Sorge, ich zeig's euch. Und zwar nämlich von Uniqlo in der Kooperation mit JW Anderson. Im Sale von 35 Euro eben auf 15 Euro. Wir müssen es jetzt nicht größer reden, als es ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr freshes Hemd. Und vor allem für den Preis, also da kann man gar nichts gegen sagen. Der Fit sieht auch sehr stabil aus, also macht einen guten Eindruck. Hier sind eben überall so kleine Tennisspieler drauf, ist auch eigentlich passend zum Sommer. Und das Hemd gibt's auch eben noch in blau, kostet da auch 14,90 Euro. Ich persönlich find aber, glaub ich, sogar die Oliv-Variante ein bisschen geiler. Wobei auch das Blau für den Sommer eigentlich ganz gut ist. Also wer auf der Suche nach sehr, sehr preiswerten Hemden ist, sollte auf jeden Fall mal Uniqlo abchecken. Haben wir noch ein paar andere Hemden am Start, aber das find ich persönlich jetzt so am besten. Und auch eben am billigsten, weil's halt im Sale ist. Weiter geht's mit Zara. Ja, Zara. Aber ich sag euch, die beiden Hemden, die ich euch jetzt zeige, das sind zwei Stück. Ihr hättet niemals gedacht, dass die von Zara sind. Aber die Hemden sind doch einfach krass. Denn als erstes haben wir dieses Tie-Dye-Hemd für 39,95 Euro. Und ich glaub, wir sind uns alle einig, wie geil das aussieht. Ich geh hier mal so ein bisschen durch. Ne, könnt ihr angezogen sehen. Auch der Fit sieht sehr, sehr stabil aus. Vielleicht ein kleines bisschen lang, aber das ist halt dann, wenn man bei Zara kauft. Wobei, ne, das nächste Hemd hat einen Cropten-Fit. Deswegen, wir haben eigentlich beides dabei. Aber trotz dessen, das Hemd, Digga, das sieht so, ich schwöre auf alles. Man könnte jetzt hier Jack Müschen schreiben, könnte das für 400 Euro reinstellen. Leute würden sagen, oh mein Gott, wie krass. Also ich find das wirklich extrem geil. Vielleicht bestell ich das sogar. Aber ich sag euch, ich glaube, ich find das nächste Hemd von Zara sogar noch... Boah, ich seh's gerade. Ich muss es euch zeigen. Schaut euch das an. Schaut euch dieses Hemd an. Der Fit, die Waschung, dieses Sunfaded-mäßige von hellorange zu dunkelorange und... Wow. Und ich sag euch, auch das ist ein Ding, da erkennt niemand, dass das von Zara ist. Also man hätte es halt nicht gedacht. Ist 10 Euro teurer, kostet 50 Euro. Aber hier vor allem der Fit. Gebt euch das. So schön cropped geschnitten, sehr, sehr boxy, sehr clean. Das werde ich mir nach der Aufnahme bestellen. Ich geb euch mein Wort. Das wären die beiden Hemden von Zara. Ich glaub, ich hab nicht zu viel versprochen. Die sind wirklich beide extrem nice. Link dazu auch in der Beschreibung. Seid schnell, weil ich sag euch nach diesem Video, die Dinger werden ganz schnell weggehen. Zara an der Stelle auch gern mal irgendwie ein Placement oder so. Weiß ich nicht. Wir machen weiter mit Weekday. Da hab ich auch zwei Hemden am Start. Und ich glaub, Weekday wissen wir alle. Da macht man eigentlich nichts mit falsch. Ich glaub, ich hab hier auch noch zwei Weekday-Hemden. Aber die gibt's jetzt nicht mehr. Die sind eben aus letztem Jahr. Das erste Hemd war das Kurzarmhemd Charlie. Für 39 Euro ist leider in den geilsten Farben ausverkauft. Das gibt's halt einmal in diesem Eisblau. Ausverkauft. Dann noch einmal in Weiß. Auch sehr cool. Aber in Schwarz ist es halt eben noch verfügbar in... Boah. Okay, das ist hart. Es gibt noch L und XL. Aber so wie ich Weekday kenne, stocken die eigentlich 24-7 immer wieder Retouren und auch Restocks eben rein. Deswegen einfach immer mal wieder vorbeischauen, auf die Website gehen. Und wenn ihr Glück habt, dann ist vielleicht noch eure Größe wieder verfügbar. Aber das Hemd, ihr könnt auch sehen, der fit. Schön cropped geschnitten. Boxi geschnitten. Sehr clean. 40 Euro, auch ein umfassbar guter Preis. Das zweite Hemd ist so ein bisschen ausgefallener. Also jetzt auch nicht wirklich. Ich zeige es euch. Und zwar nämlich einmal das hier. Ihr könnt sehen. Hat so ein... Ja, das sind nicht wirklich Blitze. Aber ich finde die Farben irgendwie unnormal krass. So dieses lila, hellblau. Finde ich irgendwie sehr cool. Aber ich finde auch angezogen. Hier kommt das sehr, sehr nice. Kostet 45 Euro. Gibt es auch noch in grün. Sieht dann... Ja. Hier ist ein Motorrad drauf. Also... Wobei das auch eigentlich nicht mal kacke aussieht. Ist sogar im Sale. Kostet 20 Euro. Naja, das wären meine beiden Hemden von Weekday. Auch beide wirklich sehr nice. Könnt ihr auch gerne abchecken. Link dazu in der Beschreibung. Und wir machen weiter. Als nächstes haben wir ein Hemd. Was ich sogar tatsächlich schon mal selber hatte. Aber wieder zurückgeschickt habe. Was jetzt nicht heißen soll, dass es kacke ist. Aber ich habe es irgendwie nicht so an mir gesehen. Die Rede ist von dem Ola Cala Eternal Button Shirt Butter. Und zwar nämlich einmal dieses hier. Sehr krasse Qualität. Sehr krasser Fit. Aber war mir persönlich so ein bisschen zu gelblich. Und hat nicht so zu meinem Hautton gepasst. Aber wenn ihr jetzt ein bisschen dunkler seid. Wie zum Beispiel das Model. Wird das sehr, sehr fresh aussehen. Oder auch generell, wenn ihr das geil findet. Dann findet ihr es halt geil. Ich fand mir persönlich hat es eben nicht so krass gestanden. Aber auch das ein sehr, sehr kleines Kurzarmhemd. Kostet 80 Euro. Gibt es noch in XS, M und L. Und könnt ihr auch sehr gerne mal vorbeischauen. Das nächste Hemd habe ich tatsächlich sogar selber. Und ich trage es seitdem auch irgendwie die ganze Zeit. Hauptgrund dafür ist eigentlich die Farbe. Ihr wollt es jetzt sehen. Ich zeige es euch. Das hier wäre das Hemd. In so einem sehr schönen Grünton. Sehr hochwertige Stickereien auf der Brust. Sehr schöner Fit. Und hinten nochmal das Detail. Die 777. Ich kann es auch eigentlich mal kurz vor euch anziehen. Dann könnt ihr den Fit ein bisschen besser sehen. Wie krass ist bitte dieser Fit. Gibt euch das. Schön Crop geschnitten. Boxi geschnitten. Wir haben hier so Einlasstaschen an den Seiten. Die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Vor allem aber eben die Farbe. Jetzt mit der Hose nicht beachten. Die Farbe kommt einfach extrem krass. Sehr, sehr schönes Hemd. Trage ich die ganze Zeit. Und kann schon nur empfehlen. Wirklich. Hammer Ding. Ist heute um 11 Uhr rausgekommen. Ich hoffe, wenn das Video kommt, ist es überhaupt noch verfügbar. Returnity hat nämlich genau heute um 11 Uhr ihre neue Kollektion Sell Your Soul released. Und die beinhaltet tatsächlich zwei Kurzarmhäften. Einmal das grüne und einmal das schwarze da unten. Beide wirklich extrem nice. Aber auch generell, wenn ihr auf der Suche nach Sommersachen seid, checkt sehr gerne mal die Kollektion ab. Wir haben ganz, ganz viele kurze Hosen, T-Shirts, Tanktops und generell einfach extrem viele coole Sachen für den Sommer. Sogar ein Handtuch. Ein paar von den Sachen habe ich sogar schon hier. Kann ich euch auch gleich mal zeigen. Ich habe einmal die rote Mesh Shorts. Sieht so aus mit den Stickereien an der Seite. Unten den weißen Akzenten. Lange Draw Strings. Und auch ein sehr, sehr schöner Fit. Geht so leicht über die Knie. Ich kann die eigentlich auch mal ganz kurz anziehen. So sieht es getragen aus. Sehr schöner, lockerer, entspannter Fit. Wurde im Sommer auf jeden Fall gerockt. Ansonsten habe ich noch einen Tanktop. Ganz clean. Returnity Weiß auf der Brust. Einmal dieses Shirt, wo Sell Your Soul auf der Brust steht. Und hinten mit diesem Backprint. Auch sehr schöne Farbtöne. Das denke ich, dasselbe Grün wie von dem Hemd. Dann noch den Hoodie. Mit diesen Dingern hier vorne drin. Habe ich auch noch nicht oft gesehen. Aber kommt eigentlich ganz cool. Die Farbe auch, wie bei dem Kurzarmhemd. Sehr, sehr schönes Grün. All diese Sachen sind heute um 11 Uhr gedroppt. Deswegen checkt das sehr, sehr gerne ab. Link dazu in der Beschreibung. Kurzarmhemd, T-Shirts, Kurzhosen, Hoodies und was auch immer. Alles zu empfehlen. Ganz viel lieber an Returnity. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Hemd. Weiter geht es mit 85. Die haben auch, ich glaube, drei Kurzarmhemden rausgebracht. Und zwar nämlich einmal dieses hier in schwarz. Und in... Wobei, ne. Es gibt es, glaube ich... Oh. Ich nehme alles zurück. Gibt es zweimal, nicht dreimal. Auf jeden Fall hier dieses Kurzarmhemd mit so einer Cargo Pocket eben vorne drauf. Gibt es einmal in schwarz und auch eben einmal in so einem Eisblau. Und ich finde das auch viel, viel fresher. Vor allem für den Sommer. Kostet auch 80 Euro. Gibt es in allen Größen noch. Auch das Schwarze finde ich sehr cool. Eben so ein Cargo Pocket. Ganz clean. Cooler Fit. Und kann man auch safe mal abchecken. Link dazu auch in der Beschreibung. Das habe ich tatsächlich auch selber von Unvain, von Robert. Größe gerne raus. Und wirklich in... Also ich habe es bis jetzt noch nicht getragen. Aber werde ich auf jeden Fall noch machen. Mir gefällt es nämlich sehr, sehr gut. Hier sind die Hemden auf der Website. Einmal in Grau und einmal hier in Weiß. Kosten auch 100 Euro. Cropped Fit. Box hier geschnitten. Auch mit diesen Details, mit diesen Fransen, die da rausgehen. Mit den Pockets hier. Sehr schöne Hemden. Gefallen mir sehr gut. Könnt ihr auch sehr gerne abchecken. Nur Liebe für Robert. Wenn du das siehst. Und nochmal fettes Dankeschön für die Hemden. Gefallen mir sehr, sehr gut. Und werden euch auch gefallen. Deswegen Link dazu in der Beschreibung. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Und das wäre es zu Unvain. Meine Brüder von Represent haben natürlich auch kurz ein Hemden rausgebracht. Ist auch kein Wunder. Und zwar nämlich einmal das Yacht-Shirt. Für 165 Euro gibt es einmal in so einem Khaki in schwarz und einmal in weiß. Ich finde auf jeden Fall Khaki ist das Schönste. Könnte jetzt aber auch vom Ding her von Weak der sein. Also ist ein ganz cleanes Shirt, wo zwei Pockets drauf sind. Mit einem kleinen R eingestickt. Also wird von der Quali besser sein, keine Frage. Aber so vom Ding denke ich mir jetzt, warum sollte ich dafür 165 Euro ausgeben? So, ist nothing special eigentlich. Wird natürlich trotzdem vom Fit, von der Qualität sehr, sehr gut sein. Angezogen sieht das wirklich extrem sexy aus. Gibt es auch in allen Größen. Ich glaube schwarz doch auch. Und weiß ist ein bisschen mehr ausverkauft. Schwarz ist auch in allen Größen. Könnt ihr hier sehen, auch angezogen. Ich würde mir, wenn, dann safe das hier holen. Sehr krasse Farbe. Obwohl Ruff eigentlich gar nicht so viel droppt, sind die irgendwie gefühlt schon Stammgast hier in diesen Videos mittlerweile. Weil halt auch eben Ruff einen Kurs am Hemd hat. Und das zeige ich euch jetzt. Here we go. Das ist das Kurs am Hemd. Ich glaube tatsächlich sogar das erste Hemd in diesem Video mit einem Print drauf. Sieht man ja auch nicht allzu oft. Aber ich finde, hier kommt es extrem krass. Mit diesen beiden Raben in schwarz drauf. Auch die Farbe vom Hemd. Ich weiß nicht ganz, ob das ausgewaschen ist. Oder ob das nur so aussieht. Boah, der Fit ist auch sehr, sehr sexy. Der Preis leider nicht so schön. Kostet 220 Euro. Also wirklich extrem teuer. Qualität wird gut sein. Fit haben wir gerade gesehen. Auch generell so ist es ein bisschen was anderes. Also sieht man nicht allzu oft. Und deswegen ist es extrem cool. Und jetzt machen wir einen gewaltigen Preissprung. Weil jetzt kommen die Hemden, die für mich so Grail Potenzial haben. Alle Hemden, die jetzt kommen, extrem krass. Aber leider auch wirklich extrem teuer. Und da muss jeder selber wissen, gibt man das Geld aus, gibt man das Geld nicht aus. Ich will da gar nichts zu sagen. Sie sind teuer. Ihr habt aber auch billige Feuer gesehen. Und jetzt kommen die bodenlosen Hemden, wo man sich denkt. Wow. Wir fangen an mit diesem Hemd von Bode. Ist so gestrickt mäßig. Ihr könnt sehen, es sieht unfassbar krass aus. Ist auch, glaube ich, Geschmackssache. Viele werden es nicht feiern. Ich finde, das sieht extrem geil aus. Ich muss aber sagen, vor allem die Ärmel hier, zumindest beim Model, sind wir ein bisschen zu kurz. Muss man dann gucken, wie es halt in Wirklichkeit dann bei einem aussieht. Oder ob das Model einfach eine Nummer zu klein genommen hat. Ist definitiv Geschmackssache. Ich finde es extrem, extrem krass. Kostet 553 Euro. Ist sogar im Sale. Anstatt 850 Euro. Also eigentlich ein Schnapper. Sollte man ohne zu überlegen eigentlich einpacken. Die Farbe finde ich auch extrem krass. Vielleicht sogar ein bisschen geiler sogar. Ist halt eben so ein Fliederton. Auch gestrickt. Boah, ich finde das so gestört, ne? Also ich glaube, es wird auch viele geben, die das nicht feiern werden. Ich finde es aber extrem krass. Im Sommer, am Strand oder generell im Urlaub mit so einem Hemd. Das kommt schon böse. Das ist aber nicht im Sale. Kostet 630 Euro. Diese Preispolitik muss man jetzt auch nicht verstehen. Ist für mich auf jeden Fall ein kleines Grail. Sogar würde ich fast sagen, das geilste Hemd aus diesem Video. Wer weiß, vielleicht seht ihr mich irgendwann im Sommer mit diesem Hemd rumlaufen. Wäre auf jeden Fall cool. Natürlich darf auch Marni in einem Video, wo es um Hemden geht, nicht fehlen. Ich habe mir das Hemd hier rausgesucht. Ich finde es von den Farben sehr, sehr nice. So dieses Orange, Grün, Blau auf diesem Cremeton. Ist vielleicht ein bisschen verspielter. Wird auch nicht jeder feiern. Ich finde auch so wie das Model, das jetzt hier gestylt hat, auch nicht ganz so geil. Ich habe selber ein Marni-Hemd. Und ich weiß, der Fit und auch die Quali ist eine 10 von 10. Also wirklich schön. Der Marni-Fit ist der geilste Hemdenfit, den ich bis jetzt je hatte. Kostet leider auch 575 Euro, was komplett bodenlos ist. Aber wer 575 Euro über hat und das Hemd haben möchte, kann es sehr gerne kaufen. Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Und das wäre es dazu. Kommen wir jetzt zum letzten Hemd für dieses Video. Und auch dem, ja, das ist das teuerste Hemd. Ist von Jacques Müs. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Jacques Müs Hemden. Sind auch alle unnormal krass, aber waren auch alle unnormal viel billiger als das. Trotz dessen ist aber auch das Hemd unfassbar schön. Im Sale von 1043 Euro, was der größte Cap ist, gibt es das Ganze jetzt für 680 Euro. Das ist das Hemd. Ich finde vor allem hier auf dem Fitpix das unnormal krass aus. Das wäre das Hemd. Hat so eine Blaufliederfarbe. Fit, unnormal krank. Auch Optik finde ich geil mit den ganzen Kästchen hier, die halt so eingedingst wurden im Material. Auf der Brust ganz klein Jacques Müs eingestickt. Das ist das, was ich eben bei dem Zara-Hemd auch meinte. Sehr cooles Hemd, keine Frage. Preis nicht cool. Ich wollte es trotzdem mit reinnehmen, damit, wenn Leute hier zu viel Geld haben, sie trotzdem was finden. Und das wäre es dann mit diesem Video. Ich bin aber der Meinung, wir haben sehr, sehr viel krasse Auswahl gehabt. Vor allem die Weekday-Hemden, die Zara-Hemden, das Returnity-Hemd. Und generell im ganzen Video waren eigentlich alle Hemden cool. Und ich hoffe, ihr habt alle was gefunden, habt ein bisschen Inspo gesammelt und seid jetzt ready für den Sommer. Das wäre es auch eigentlich dann mit dem Video gewesen. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Könnt auch gerne kommentieren, ob ihr irgendein Hemd vielleicht habt, was noch besser ist, was ich vergessen habe. Lasst ein kostenloses Abo da. Road to 50k, kann man das schon sagen? Ja, keine Ahnung. Egal, lasst aber trotzdem ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Video wieder. Haut rein. Und ich kann es schon ankündigen. Nächste Woche Sonntag, also heute in einer Woche, am 11.6. ist der Retouren-Drop der Escape-Reality-Kollektion. Also wenn ihr da noch was möchtet, beim Release nichts bekommen habt, gerne da vorbeischauen. Und auch gerne bei Instagram reinfolgen auf dem Sackulite-Account. Nennt mich auch Marketing-Boss in den letzten 30 Sekunden vom Video auf den Retouren-Drop hinweisen. Let's go. Jetzt haben wir genug geredet. Haut rein. Genießt die nächste Woche. Und wir sehen uns. Tschö.